Willkommen zurück in Starfields, liebe Zocker und YouTuber. In der letzten Folge haben wir das Paket abgeholt für den guten Vincent. Aus dem System hier, drei Sprünge weiter weg. Und das werden wir ihm jetzt abliefern und dann haben wir hoffentlich sein Vertrauen erworben. Und dann gibt er uns den heißen Scheiß. Warte mal, wie viel Geld habe ich eigentlich? Äh, steht das irgendwo? Wie viel Geld ich habe? Warte mal, ich muss ja glaube ich jetzt in den Tal gucken. Ähm, ah, unten links. Knapp 23.000. Mal gucken, wie viel er uns jetzt für das Abliefern gibt. Wahrscheinlich gar nichts. Jetzt sind wir schon wieder erschöpft. So, da müssen wir hin. So, ab in die Unterstadt oder wie sie heißt. So, da hinten ist er schon. Ist das hier richtig? Ja. So, Vincenzo. Vincente. Oder keine Ahnung, wie er heißt. Ich habe da ein Paket dabei. Du bist frei, um meine Wehren zu spüren. Ah, gut. Ich sehe, dass du dein Ende des Bargains aufhörst. Also, ich werde das auch machen. Salinas Hardware ist jetzt für Business ab. Ich werde dir die Tür locken. Du bist frei, um meine Wehren zu spüren. Any time. Cool. Und Level 5. Juhu. Das hat mir schon gleich schon mal gelohnt. Hat er nicht gesagt, äh... Was hat denn jetzt geöffnet? Ach so, jetzt sagt er mir auch, was er am Angebot hat. Mhm. Gar nichts. Sehr schön. Aber du bist willkommen, zu sehen. Äh. Nicht viel. Aber guck mal. So, was hat er denn am Angebot? Ähm... Injektoren. Diverse Ressourcen. Ja, die könnte man alle mal... Oh Gott, sind die teuer. Ähm, sonstiges. Dietrichchen. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Aber es ist im Moment nichts, was ich im Moment bräuchte. Warte mal, jetzt hat er hier aufgemacht. Oh. Hm. Aber die darf ich nicht nehmen, ne? Die ist auch gar nicht so toll, oder? Darf ich da ran? Darf ich da ran? Ich wollte ja eh noch fünf Sachen herstellen. Dann machen wir mal Platz. Salinas Hardware ist now open for business. Ja, lass mich mal da ran. Ähm, ich wollte ja ein paar Sachen herstellen. Und zwar, ähm, damit ich einfach um das... Die Grendel hier... Und zwar könnten wir dann... Das ging ja zum Beispiel, ne? Kurzer Lauf. Ja, das geht alles nicht. Blöd. Sag mal, Laser haben wir keinen dran. Da könnten wir aber auch keinen... Oh, wow. Sehr schön. Weil wir auch nichts haben. Ja, was haben wir noch nicht? Laser, Mündung, keine Mod. Hier, das könnten wir in der Tat... Ein Kompensator. Gut, das machen wir mal, weil wir wollen ja ein paar Sachen herstellen. So, Nickel, klar, hier, bestätigt. Hey, meine Guns können auch ein bisschen Arbeit benutzen. Nein, deine Guns... Äh, lassen wir mal in Ruhe. So, jetzt hat er eine offene Visierung, Optik, Griff und Standardgriff. Keine Mod intern. Was kann man denn da einbauen? Auch nichts. Ähm, Skin, Standardskin, vollautomatisch. Gmbindung, Kompensator, Laser, keine... Warum kann man vom Laser nichts herstellen? Weil wir da jeweils keine Sachen haben. Okay, pass auf, dann modifizieren wir einfach nur... Nur damit wir das... Kann man den Cutter verändern? Skin. Standardskin. Alter Mars. Naja. Mh, die modifizierte E.ON. Kann man da was machen? Kompensator, Laser, kann man nichts anbauen, aber intern kann man auch nichts anbauen. Gmbindung hat da schon was, super. Halbautomatisch. Mh, die kann man uns alles nie leisten. Die kann man uns alle auf den Kopf stellen. Warum habe ich denn hier noch eine Grendel? Warum habe ich so viele Grendels? Achso, das ist nur die Waffenbergbank gewesen. Warte mal, lass mich nochmal ran da. Was ist damit? Mündung. Kann man auch nichts mehr anstellen. Tarnlaser. Kann man uns auf den Kopf stellen. Wir haben nichts zur Auswahl. Gut, dann eben nicht. Kann ich das mitnehmen? Das sieht so... Ne, das kann ich nicht mitnehmen, ne? Nein, kannst du nicht mitnehmen. So, ich muss mal ganz kurz in mein Inventar gucken. Ich hatte hier nämlich irgendwelche Waffen. Ich habe da noch eine Grendel gekriegt. Keine Ahnung, warum ich noch eine Grendel habe. Modifizierte Grendel. Da ist ein Ausrufezeichen dran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Das lassen wir erstmal. Dann hätten wir noch eine Grendel. Die könnten wir dann verkaufen. So, wir machen weiter mit unseren Aktivitäten. Ähm, schau später bei Kellen vorbei. Das ist der komische Wissenschaftler. Barkeeper in die Viewport. Wo ist denn der Barkeeper in die Viewport? Ähm. Reisen. Ich meine, die Schnellreisen sind natürlich recht praktisch. Wobei ich jetzt gerade wieder am Raumhafen bin. Das war jetzt nicht so sinnvoll. Warte mal, hier können wir reisen. Sprich mit dem Barkeeper in den Viewport. Ich bin gerade da. Ähm. Barkeeper in den Viewport. Bist du so zugebombt mit Missionen? Da ist er schon. Dass du aus den Missionen mal gar nichts mehr rauskommst. Warte mal, jetzt wollte ich eins noch gucken. Habe ich jetzt hier eins von fünf heraus? Eins von fünf, äh, Verbesserungen habe ich jetzt gemacht. Waffenmods, okay. So, hallo, hallo Herr oder Frau Barkeeper. Hey there. Always nice to see a new face. First time in New Atlantis? Na ja, doch, ja. Oh boy. I didn't mean for you to take it personally. It's just something as a customers. Break the ice. Know what I mean? Listen, you just relax. Make yourself comfortable. You're welcome to stay as long as you want. That work for you? New guy? Let me know if there's anything I can get you. Okay, äh, Geschäft, gibt's Neuigkeiten? You know, I had a guy in here last week ranting that General Shao ought to send the Marines down into the well. I'm usually off for letting folks speak their mind. Most times it can't be helped after a few drinks. But that was just too much. Anybody stuck living in the well, it almost certainly isn't by choice. And things down there aren't that bad. Mm-hmm. I hear there's some sort of citizens group trying to get the old Varun embassy thrown down. When I first heard about it, I thought it was a bit extreme, but really, would you want to move into that place? Me neither. And it's not like they're ever coming back. House Varun, I mean. Well, at least not make nice and be all diplomatic. We all know how that went. Hm. Bit of a slow news day around here. Okay. Ah, well. Speaking of news, some folks are convinced, David Baron, you know, the SSN Anchor, is some sort of three-star sympathizer. Ridiculous, if you ask me. Sure, they ran a couple of stories about Aquiles City that weren't totally critical, but come on. Have you ever been? It's really not that bad. Anyway, that's the sort of high-stakes stuff people talk up while waiting on a flight. So glad you asked, aren't you? I can tell. Hmm. Okay. Yep. Spaceboard traffic keeps me pretty busy. But just between you and me? I've got something in the works that will change everything. A new drink, that will make this place famous. Galaxy-wide. Der pangalaktische Donnergurgler. Genau. Komm, ich probier den mal auf. Oder erst mal fragen, was drinne ist. Well, at the moment, it's what's not in it, that's an issue right now. I don't have everything for the recipe. Ah, lass mich raten. I made a deal with the hauler, to bring me some small samples of an ingredient, I think will make all the difference. Ich soll ihr die Zutaten für ihren Drink bringen. They're never showed up. Turns out the guy I hired, was also hired by a few other folks. The kind of folks who ship, less than legal cargo. Security got wind, and the whole lot was founded. Now they're just sitting on it, taking their sweet time, like they always do. It's killing me. I submitted all the paperwork. Believe me. It won't amount to anything, but I did it. And really? I'm not even certain, this is what I need to finish the recipe. I just, I think it is. I need to get my hands on that cargo. Und wie kommen wir an die beschlagnahmte Fracht ran? I really do. It's gonna keep me awake nights, if I don't try. Before we say anything else, I am in no way asking you to do anything, that might violate any of the many, many laws in place here in New Atlantis, Ja, ja, nein, auf keinen Fall würde ich was Illegales machen. This is just one friend, talking to another friend, asking if maybe that friend could possibly find the way to get her important cargo out of the impound. And if, hypothetically, that we're done in a less than 100% legal way, well, that might not be the worst thing in the world. You are with me on this? Well, it's hängt davon ab, surely you're not seriously considering this course of action. The last thing we need is you see security on our backs. Naja, wir könnten halt das so ein bisschen... God, you have no idea what a relief this is. I'm obviously not expecting you or anyone to go and guns blazing and taking hostage or something. I just figure, there has to be a way to get what I need. Okay, mir fällt schon was ein, keine Geiseln, so ein Mist. Na, Geiseln wollte ich sowieso nicht nehmen. Hast du irgendwelche Infos, die mir weiterhelfen? Unten am Raumhafen? Still, they use the same access cards. If you have one, it works. How or why you would have a UC security access card is none of my business, of course. I'm sure I'm better off not knowing. Beyond that, the ship decks over there might also be able to get in. I don't know any of them or I'd be talking to them instead of you. No offense. Like I said, I submitted the usual security release forms, but because my cargo is tied up with a bunch of, again, totally unrelated illegal stuff, I don't expect the forms to matter. At all. I went and talked to an officer at the office too. Yumi. Sergeant maybe? He was polite, but unhelpful. I declined to suggest that as a new slogan. New Atlanta security. Polite, but unhelpful. Truth in advertising, I'm not worried. I'm annoyed. Wait, are you saying I should be worried? No, of course not. It'll be fine. Totally fine. I trust you. Yeah, a drink brauchen wir nicht. Ja, das hat sie mir doch schon gesagt. I'm obviously not expecting you or anyone to go and guns blazing and take messages or something. Nicht ballern, keine Geiseln, einfach nur rein und die Zutaten holen. Ich hab's verstanden. Gut, ähm, so, das wäre der nächste Quest, äh, da muss ich im Raumhafen irgendwo einbrechen, das ist die Frage, ob ich das möchte. Ähm, nochmal kurz hier. So, das wäre dieser Quest. Ich schaue später bei, so, hier kann man eine Frachtmission fallen. Das wäre natürlich auch noch was, so eine Frachtmission. Wie gesagt, mich zieht's jetzt gerade erst mal, der Hauptquest, der pressiert ja nicht so. Was ist das? Verschaffe dir Zugang. Wollen wir mal gucken, wo das ist? Muss der eigentlich direkt hier am Raumhafen sein, oder? Dachte ich. Wo zum Henker soll das sein? Da hinten. Vielleicht sollten wir da aber auch vorher speichern. Pet A. Ja, ja. Okay, wir speichern mal vorher. Dann gucken wir mal, ob wir, ob wir da leicht rankommen. Das ist mein Schiff. So, da kommen wir ja garantiert nicht einfach so rein. Guten Tag. Ich muss da nur mal kurz rein, ein paar Zutaten holen. Hm. Kann ich mir ja nicht einfach sagen. Oh, Security impounded a tonne Cargo and didn't have storage space for it all, so we're holding on to some of it until they can run inventory. So, you need something, or? Ja, ich könnte schon was gebrauchen, aber nichts, was du mir geben könntest, Herr Security. Man, ähm, wie oft räumt ihr denn hier auf? Äh, nicht wirklich sicher. Wenn sie durch ihre Backlogue kommen, ich glaube. Ist das eine Grund, warum du es fragst? Komm, wir versuchen es mal ganz auf die Blöde. Ja, ich kann nicht wirklich einfach nur dich rein lassen. Ich hätte natürlich ein bisschen Geld. Wir würden bestimmt, es würde es schaden, wenn du mir hilfst. Schon, du kannst nicht alle reinlassen. Regeln sind Regeln. Komm, hier, da gibt es doch bestimmte Lösungen. Ich höre dich. Hm, kann ich mir vorgestellt, wie du mit einem winzigen Hut, warte mal, was? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du mit einem winzigen, warte, 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 warte. Das sage ich lieber nicht. Ähm. Okay. Ich habe vor zwei Sternsatz in den Ofen angelassen. Ist mein Haus ist mein Haus wegen der Relativität schon abgebrannt. Soll ich ihm Witze erzählen? Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du helfen könntest. Sorry, aber, äh, I can't. I'm gonna need you to clear out of here, or else I'll have to call security. Knalltüter. Okay, hat schon mal nicht geklappt. Warte mal, wer bist du? Naja, schick würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Okay, da kommen wir also nicht so ohne weiteres. Was ist denn, wenn ich da jetzt so rangehe? So da, 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 da. Ich, ich mach gar nichts. Guck hier nur mal kurz rein. Okay, warte mal. Ich knacke jetzt vor dem seinen Augen das, das Tor. Könnte ich machen. So, das geht, also das geht auf der unteren Ebene. Das geht nicht. Das geht, das ginge. Zack. So, das müsste da gehen. Ja, haben wir schon eingestellt. Zack. Oh, das geht jetzt nicht. Okay. Verlassen erneuter von Lut kostet einen Dietrich. Jo. Wie viele Dietriche habe ich denn? Schavirich. So, Schavirich, das geht bei dem. So, das geht auch bei dem. Probier's jetzt einfach mal ganz auf die Blöde. Ja, ich glaube, das klappt. Tür steuern, geschlossene Tür öffnen. Tür wird geöffnet. Abgeschlossen. Was, was, was heißt das denn? Oh, I hate the detail that it was worth all of the trouble. Das, das hat ihn jetzt nicht gestört, dass ich hier einfach so rein, nein, das, das, ich glaube, das ist der Unfähigste. Na gut, ich glaube, das ist nur der Besen, man. Ähm, das ist der, war ja einfach. Komm mal rein, mach mal die Tür zu. Ähm, Paket für Nüßer, reaktives Messgerät. Nehmen wir auch mal mit, Dichtemittel nehmen wir auch mal mit, wäre ja schade, wenn wir es hier liegen lassen, oder? Da, 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 haben wir hier noch was? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Was ist das da oben? Oder rauf? Warte mal, das hat doch gerade geklappt, oder? Na bitte. Was ist das? Hm. Okay. Ich fürchte, hier gibt es nichts von Interesse. Okay, ich habe das Paket für Nüßer schon raus hier, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Nüßer, ich habe dein Paket. War ja irgendwie einfach. Ich habe da einfach mal am helllichten Tag eingebrochen. Warte mal, wie viel, wie viel, wie viel, äh, wie viel Dings haben wir denn noch? Wie viel, ähm, Dietrich hier? Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Oh Mensch. Da. Nee, ist nur das Paket von Nüßer. Ich habe irgendwie keine Dietriche mehr. hatte ich aber Glück, dass das geklappt hat. So, jetzt kriegt die ihre, äh, jetzt kriegt die ihre Ladung und dann kriege ich als allererstes mal ihren ersten Drink serviert. Nein, ich werde überhaupt nicht erskinen. So. Wo ist denn die Gute? Einfach reinmarschiert, als wäre es mir, als wäre es die, 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 die größte Selbstverständlichkeit. So, ich habe dein Paket. Hey there, new guy. Good to see you again. Can I get you something? Nee, aber ich könnte, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, no way. You really got it? I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. Keine Sorge, niemand musste sterben. I certainly hope not. This is a huge deal to me. but it's not worth either of us murdering over. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm going to let you have the first ever sample. On top of that, you get free drinks. Not my unlimited free drinks. Kostenloser Sprit. But you want a little pick me up now and then? I got you covered. I need some time to work on what comes next. But this, this was the difficult part, I think. Really? Thank you so much. So, 75 EP. Juhu. So, let's gucken. Stop by, anytime you'd like to capture. Hätten wir geschafft. Sprich, spät. Achso, das war Nelson. So, jetzt könnten wir natürlich noch mal bei Nelson vorbeischauen. Ähm, Frachtmission, sprich mit, so, jetzt noch Yumi und dann haben wir tatsächlich hier erstmal alles. Wobei, ich gucke noch mal bei dem Wissenschaftler vorbei, beim Olle Nelson. vielleicht hat der ja schon, äh, die Ergebnisse von der, von der Baumuntersuchung. Auf zu Nelson. My contact is in Vanguard recruiting. So, expect a sense. Ah ja, gleich. Die Sarah will mich immer zu ihrem Mast-Kontakt. Ih, es regnet. Es gibt hier keine Schirme in der Stadt. So, Nelson, wie sieht's aus? Okay, das dauert anscheinend noch ein bisschen. So, das heißt, der Nelson, auf den warten wir noch. Dann, dann würde ich mal sagen, hier mit diesem Yumi sprechen wir mal noch. Amiraten, zurück. Na klar. Aber merken wir uns mal, äh, hier die Nüsser und der Nelson, die wir mal noch, äh, aufsuchen. Weil bei der Nüsser kriegen wir Freidrinks und der Nelson hat noch ein, ein Folgequest von diesem, von dem Baumquest, äh, Raumhafen. Und sich mal überlegen, dass ich quasi durch Questen in der Hauptstadt schon Level 5 geworden bin. Ohne, dass ich jemals, na gut, ich hab die Hauptstadt einmal verlassen für dieses Paket. So, warte mal, wo ist denn der? Ah, hier. Ab zur UC Security. War das hier die Security? so, wer bist du mein Freund? Well, hello, you hear about the job by any chance? The officer over there can help you with any bounty issues. Moment, Fingerstelle? Okay, erzähl mal. Okay, Part-time Security Officer. The position is very flexible. You can basically work whenever you're available. No pressure. We've had some gaps in the schedule lately. Macy's out on maternity leave, Jose's on loan to Sidonia. when it rains it, pause type of situation. So really, we just need someone to fill the void. Interested? Naja, klar, für die Bullen arbeiten, mal immer. Äh, was muss ich machen? Well, first things first, I have to ask, do you have any security experience? Äh, äh, ich war Chef der Astro Lounge Security in Neo in acht Jahre oder so, das geht garantiert nach hinten los. Sagen wir mal so, ich hab die Crimson Fleet angelegt, das ist ja nicht, das ist ja okay, ne, das können wir ja mal sagen. It sure accounts for something, I mean, you're alive. And resilience is definitely an important trait for any officer. Well, I think I've heard all I need. Your first assignment couldn't be easier. Go to Mast and check in with Agent Plato at Aegis. There was a package left at a dead drop and they need UC Security to handle it. He'll fill you in on the details. Ein Undercover-Einsatz. Okay. Ähm, was ist Mast? Ja, okay, fragen wir nochmal nach. You know, Mast. The military, administrative and scientific triumvirate. Ah. Giant building in the center of the city. Headquarters of the entire United Colonies. They really should have given you a more thorough interview. Okay, ähm, und was ist Aegis? Aegis? They're basically UC Intelligence. Ah, der Geheimdienst. They're going to have threats to new Atlantis before they become problems. While we're separate departments, there are times we need to rely on each other, so it's important to keep a good working relationship. We do Agent Plato this favor and maybe he'll toss us some intel when an investigation stalled. Tit for tat. You know how it works. Das ist eine gute Frage. Well, just because you're bringing it here, doesn't mean that's where it'll end up. As for why, you can ask Aegis. As far as I'm concerned, it's none of my business. Gut, gut. Also wieder mal ein Paket abholen. Diesmal aber wirklich in der Stadt. Äh, was kann man denn hier noch so machen? Ich weiß nicht, ob ich hier rein darf. Ich, äh, mach das mal vorsichtshalber nicht, weil sie gleich anfangen zu ballern. Wobei, sie hat auch kein Problem damit. Sie rennt da auch gleich rein. Die Sarah, alles klar. So, also. Das heißt, nach Mars, nach Mars müssen wir ja eh, weil die gute, weil die gute Sarah dahin will. Ähm, lass mal kurz gucken. So, äh, das heißt, das heißt, hiermit sind wir quasi fertig. Was ist das? Achso, ich habe nur so die Frage gemacht. Hoffentlich kann sie ihr Rezept jetzt vollenden. Das wird sie wahrscheinlich auch irgendwann machen. Und dann kann ich mir da, achso, das sind die fertig. Gut. Ähm, kleine Heimat, dann können wir jetzt eigentlich nach Mars gehen. Einmal da Sarahs Kontakt und dann natürlich auch nochmal hier, ähm, mit dem Agent Platon bei Mars sprechen. Können wir natürlich auch machen. Ja, das machen wir. Aber, liebe Freunde, das machen wir erst beim nächsten Mal. Hier ist erst mal Aufnahme. Stopp. Äh, äh, mich zuzudexten. Äh, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal in Starfield. Bis dann denn, euer Mr. Flaff. Tschüssi.